Rot Jared Hier gesagt Irgendwie ist der Code eh weg gerade Er ist gerade rot Schwach Eins Voller Basher am Haken Full Cup on a Hook Full Cup on a Hook It's upstairs Got it So Mach's mir Bescheid Jetzt auch noch schicke ich mir eine Drohne rein Naja Vielleicht bringt das was Und noch kann ich ja rein Ich muss ja auch rein Läuft jetzt Wenn nicht stell dich einfach C oder A hin Juggard dann kannst du direkt über C und A raus Ist mir egal Dann geh über C Oder über A Weil da kannst du dich an die Kacke da stellen Weißt du Dann brauchst du dich nur ans Geländer setzen Und dann kannst du direkt hinter dir die Tür machen Und er hat eine Rakete Ja Ne die Ausbildung Sag mir Bescheid wenn ihr Wenn die Türen zu sind Okay Ähm 65 ne Ja Okay alles klar Dann machen wir A und ich mach hier Den Gelben haben wir oben Deiner Seite Ok Ich dachte da rennt einer Er rennt trotzdem rüber bis die Tür zu ist Ok A auf Der BFD ist erst die Granaten glaube ich oder Ne macht der immer noch nicht weil immer noch die Drohne da rum fliegt Die Tür ist noch offen oben oder? Ja 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 gut okay Eismann machst du bitte oben so lange beide Seiten Den Dicken wie sonst auch bis die Türen zu sind Und dann sag mir Bescheid Ok Das ist die Drohne Von Von Plep Von Jeffers Deswegen wirft der die Schneibe nicht kaputt Der ist mit der Drohne beschäftigt Mach die mal kaputt Geh wieder raus Dann wirft der halt Wenn der drinsteht passiert nichts A ist auf Dann lass ich euch die Rakete wieder bei A drin liegen Du Armer A auf Geht auf Noch nichts da AG Alles gut Ich könnte sonst auch ein Tor auflasten einfach Was du da auf den drauf schießt Können wir auch probieren Wir sind bei zwei Minuten So steil bis jetzt Also jetzt stehe ich mit drin ey Leck mich Ja Komm hast du Ja ich wollt drei Leute oben drin Naja Ne Ich mach das jetzt gleich nochmal einmal Den geben Äh Alfa Kannst du den Yellow upstairs Wenn er auf der Seite spawnt Jetzt So Just kill the purple Und den Yellow Ja ja Okay AG du bist gerade mal kurz auf Line aufzählen Die Drohnen sind jetzt gleich mal kurz weg von uns Multiple Hostiles inbound Ich denke es ist auf deine Seite Alpha Look Please look upstairs for the purple Alpha Please Just leave the mobs You can do them later Okay I got the purple Okay 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 So you can go downstairs again I will have a look on this side here now There will be another one Du kriegst meine Drohne jetzt Heal up Alpha Heal up Alpha Lass meine Drohne Lass meine Lass einfach hier neben Eismann stehen dann heilen wir ihn auch weiter Ja Hostiles detected AG du sagst Bescheid sobald du irgendwie Hilfe brauchst ne Da ist der Gelbe Okay Both yellows up on both sides now Okay There was just a purple There was just a purple here on the door Okay Also wenn wir was machen Wenn wir was machen müssen Musst ihr uns folgen Ja Okay Macht bitte den nächsten Code gleich Auf Auf Dann Dann sag doch was du vielleicht bist Du siehst doch die Rakete fliegen Jaja Ich hab da nicht drauf geachtet Ja Ich geh ganz kurz B auf Versuch mal nachgucken Okay warte dann mach ich mal Ich geh auf Drei Lägerbächer am Haken Drei Lägerbächer am Haken Empty Cup on a hook Alpha Empty Cup on a hook I got it Okay Done Next round Braucht ihr Wasser und sowas? Ne, noch nicht oder? Für den fuck denn No, ne Wir kuscheln hier oben so ein bisschen gerade Solange wir zusammenstehen droppt er halt auch nicht, ne? Richtig schlecht Wenn wir was machen stellen wir halt die Hive Got the purple on my side, again Okay You can set your turret upstairs Alpha Use the turret And put it upstairs So it shoots him So it shoots him Do you know exactly when he's coming? I killed you as Alpha, all good Thank you Thank you The heavy is being a pain Naja Bleib du kannst eigentlich da vorne bleiben bei eben bei auf B Jetzt kommt er hier Let's trade her wegen der Piddy Mhm D geht auf Die rein bleibt Hau 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 muss bei uns zusammen immer schlägt an und so gesehen heute machen dann lass uns den ersten code gleich machen und sind noch ich denke mal eine minute ist weg ja mach mal drohnen reich dann danach macht erst mal das fertig und dann machen wir zwei leere becher auf dem laufband du mt caps on the conveyor belt und das nur bescheid sobald du die nächste renne sie ist ich mach meine drohne weg marvin 15 die kunden eben überbrücken Einer ist auch wieder draußen. Jetzt läuft hinten die... Okay, alles klar. Dann mach ich die nächste Runde an. Ja. Dann sind wir jetzt bei der dritten, ne? Ne, ich glaub wir machen jetzt grad die dritte. Das ist die dritte dann, ja. Einen müssen wir noch hinten liegen. Den ziehen, ne? Inbound. Ja, woher denn die ist noch? Cool ist, der Heavy steht die ganze Zeit hinter euch an der Wand und guckt da irgendwie doof in der Gegend rum. Der steht da echt gut. Der geht sich jetzt sowieso heilen. Oh nein, der hat Auge auf mich. Wir sind bei einer Minute. Da geht's noch weiter. Warte, ich bin noch mal auf. Ich bin jetzt der links, den Kogner. Okay, ja, pass. Mark Hayten. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Good job, by the way, Arthur. An agent needs assistance. I just got my phone. Fastiles detected. Ist ja gut. Ja. Der hat das linke hin. Kommen Sie mal den Hive hinlegen für Iceman. Ich hab gerade geresettet schon. Okay. Wir sind bei 2 Minuten 10. Ich würde sagen bis 38 und dann muss er voll sein. 2,30. Wir warten noch ein bisschen. Ich weiß, wenn die Hive, äh, meine Hive, äh, mein Ding, die Fläschung noch besser ist, dann bleibt er voll. Meine Drohne. Okay. Nächster Code? 6. Äh, leere Taste auf dem Laufband. Empty Cup on the Convertor Belt. Leere Taste auf dem Laufband. Leere Taste auf dem Laufband. Empty Cup, Convertor Belt. Okay. Haben wir schon, haben wir schon. Okay. Sag mir Bescheid, wenn du die letzte Rinne siehst. Oh, tell me, Alpha, wenn sie mir vorhanden sind. Ja, okay. Okay. Thank you. A, auf. Ja. Hinten, die fängt an zu laufen, die läuft. Ja. Kannst du gleich nochmal Reset machen? Multiple Hostiles inbound. Kommt. Okay. Mach mal eben meine Drohne kaputt. So konnte ich mich jetzt mal eben schnell die Tür hier oben neu hinsetzen. Dann sind unsere nicht gleichzeitig down, weißt du? Ja. Gute Idee. Okay, wir sind bei 40 Sekunden. Okay. Okay. Two Edson, ihr seid down. Ja. One Minute. S-Mann, können von hier oben ja die Schwachpunkte gleich auch machen lassen. Ja, wenn er was trifft. Der fern hat ja schon. Ja logisch. Zwischendurch kann ich immer mal flacken. Ja gut, wenn ich A-G einfach schnell auf C rein und ende. Ja. Brauchen wir noch einen Code, ne? Ja. Einen brauchen wir noch. Einen noch, ist zu 70. Okay, stay focused, please. Wir sind bei zwei Minuten Einfach, wie du kannst, Heal up Das ist mein Liegenwappen, dann mach ich das Spielsatz weg Okay Kann einer von euch beiden gleich mal... Ah nee, ihr habt ja kein Camper dabei, ne? Vergiss es, schade Ich mach Dings Okay, mach weiter mal ein Reset bitte Du hättest warten sollen, bis er ihn aufgehoben hat Nee, der hat eh keine Hive Passt 2 Minuten 30 Gleich wieder Ruhe drin haben, machen wir den Code Weil die qualmen nämlich, wenn die zum Ende hinkommen Könnte sein, ja, da kommt richtig Feuer raus Ja Okay, müsste jetzt eigentlich schon passiert sein Komm, nur noch feinde, nur noch feinde Ja, zache an Ja 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 gut Ich bin hier Nimm mal bitte eine medkit nah an der Tür dran bei euch Ja You got the heal? Ja, I got the heal Cool Zweiter ist down In Bewegung Before we move in, Alpha, make sure your turret is upstairs, in front of the door, okay? Ja, ja Ja, ja Okay So we don't lose the power Oh man, Alter Ja Tell me when you have mobs on your place, I can help you a bit Nothing much spawning here Ist jetzt drüber Immer gekippt Okay Wie viel Wasser haben wir auf A? Mach einfach mal auf A, komm Mach einfach mal Ich mach eigentlich alles, oder? Ja Wie viel habt ihr? 25 Ich glaub, äh, 65 haben wir gehabt 65 55 Wir haben 55 80 80 So ich noch einen machen? 25 Okay, kommt Fertig Yeah, yeah We got adds on both sides here now I'm coming Yeah, I'm coming They are inside Kühl Kühl den einfach runter, Jared Ja, richtig Weil ich auch Wasser habe Kappas Wasser war schon Ich hab ja schon gesagt, bevor Ja, auf Ja, aber so schnell ist das nicht weg Okay, gut Kann jemand nach Hive reinwerfen, oder kommst du da hoch? Der ist schon gerade Aber ich schleppe es Komm mal eben raus, komm mal erst raus Wir machen nochmal Wasser dann Ja Okay, ich bin bei A Ich bin Ja, Aki Oh, 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 oh Ich hab mich so extrem nach A rübergeguckt Bist du nah an der Tür dran? Aki, du hast es im Griff da drüber Ich geh mal eben rüber Oben sind alle down Oh, oh shit Kommst du bis zur Tür? Ich lege oben Ich lege an anderen Tür Ich lege wieder Die Türen Hast du das? Nee Ah, geht auf Ah, geht auf Ich kann da nicht aufmachen Der geht auf Ohne Hive Ich kann nicht Ich muss ihn erst retten Ich kann nicht Ich hab Ich hab'n Pascal Oh, nee, ne? Äh, nimm's Hä? Naja Okay, Otter hat mich gekillt Jetzt, Otter hat mich gekillt Was hab'n ich gemacht? Du hast mich gekillt Oh, das tut mir leid Kannst du ihn aufheben? Ja, ich kann's versuchen, wenn ich mich nicht nur ruhig abfackel Nee, nee, hast meine Drohne Gut So So Halb Reset Danke Das liegt halt rein, lassen wir nicht mehr Wasser Bei A schwimmst du dich wieder Ja, guck Okay Guck du sonst nach Wasser Mach'n du, mach'n du 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 Okay Dann geh'n rein Quatsch Wasser, mach'n bitte Sterb' Der ist aber A nett Ja, nee, doch nicht Mach'n schon wieder seine Wipe da Echt jetzt? Ja, echt jetzt Ja, echt jetzt Das ist jetzt möglich A wieder auf Okay, doch nicht Kannst du machen Ich glaub'n, da sind eine Menge Ats draußen Scheiße Ja, bei uns ist die Leiter Bei A Ja, aus den Reds zurück Ich lauf' rüber Nee, mal bisschen Bisschen kuscheln hier Ich bin schon Ja, auch wegen Ats Okay Mach'n du Wasser Ja Baut rein bei A Ja Wie heißt das? Wasser ist gleich 65 Spiele bei A Ja Ja, mach'n Ja Ja, komm'n Ja, komm'n Ich hab'n Ich hab' keine Zeit mehr Wasser Ja, okay 15 kommt 25 kommt Ja Wasser ist drin A auf Stay ready Das ist genial Jetzt gekühlt, ne? Ja Ja Okay, dann alle nach B, wenn wir noch können Wer noch neben dem Leben ist All to B Wow Ich glaub'n wir haben eine Drohne wieder Komm'n wieder Eine Menge Ats von 20 Try to get in, try to get in Just get in, just get in Just get in Okay, we stay inside Wait, wait, wait Agi is coming Okay, open up Open up Stay inside guys Komm' mal bitte hiermit her Komm' her, komm' her Lauf' einfach her Auch wenn der Vibe ist Völlig egal Komm' bitte einfach her Mach' mal deine Drohne weg Mach' mal deine Drohne weg Komm' bitte diese Scheid Geländer vor, man Jetzt steht er doch gut Ja Denkt an die Ats We got it Yellow upstairs Yep Nice, GG guys We got it We got it We got it Yes Wo findest du den? Ähm Entweck' Entweck' Bei Fortschritt Und ich glaube beim Zweiten meine ich ja Was ist, Jared? Ich hab' für jemanden was Das kann bestimmt jemand gebrauchen Es ist doch wie ein Marvin Loot Wartet mal bitte eben ganz kurz Weg ist Weg ist es Ich mein' wegschmeißen nämlich Aber ich mein' wenigstens mit 6 und 12 und nicht mit 8 und 12 glaube ich Der sieht auch mal cool aus Der sieht echt mal gut aus Der sieht gut aus Ich liebe das Pätsch Der sieht gut aus